Ich bin die Sarah, ich bin 36 Jahre alt und seit drei Jahren Mitglied im Gym. Mein Name ist Achim Deiser, ich bin 49 Jahre alt und trainiere seit über 30 Jahren im Fitnessbereich und seit 13 Jahren hier im Gym. Mein Name ist Erik Gieringer, ich bin 23 Jahre jung und bin seit circa drei Jahren Mitglied hier im Cube Gym. Ich trainiere hier, weil die Geräte immer auf dem neuesten Stand sind. Die besonderen Menschen, die hier trainieren, sind sehr familiär. Ja, das Besondere an den Cube Gyms sind eher die Mitglieder hier, die sich befinden. Mittlerweile habe ich hier viele Freunde gefunden. Sehr gepflegt alles. Während dem Training bin ich total fokussiert. Ich komme gestresst, meistens von der Arbeit und dann wirst du einfach mal die Gedanken woanders. Während des Trainings bin ich konzentriert und fokussiert auf das, was ich tue. Mich motiviert jedes Mal das wahnsinnig tolle Team, das hier arbeitet. Melde dich jetzt an und erreiche mit uns deine Ziele. Muskelaufbau, Fettreduktion, Schmerzfreiheit oder einfach besser aus. Wir sind mehr als ein Fitnessstudio. Werde Teil der Cube Gym Family.